das ist ein Statue aber hier kommen wir nicht her oder? ich bin hier reingefallen jup, ich jetzt auch genial, solche Hüllen meine ich, hier müssten eigentlich... ok, mal versuchen da hochzukommen ja, hier kommt man hoch also ich komme da nicht hoch Moment ich glitsch mich hier durch, ne doch nicht ok, dahin ist aber auf jeden Fall noch ein Gang jetzt müssen wir irgendwie wieder rauskommen ok, raus, kein Problem ah, das ist das Coole bei den Hüllen, also wenn man reinkommt, kommt man auch wieder raus ja aber schade, dass da jetzt nichts drin war na es gibt so leuchtende Pilze und so ein Zeug ähm wechselst du gerade mit Terraria? ne, ne, ne ähm hier kommen wir doch her, oder? da waren wir doch gerade vorhin also vorhin schon, au Katze, das war's ey, ich bin jetzt immer die falsche Tasche ich war nicht endlich an eine Steuerung gewöhnt, ey du meinst, äh, wegen der Spezialattacke? jo ich drück ich auch, ich muss da mir noch angewöhnt, da links hoch zu drücken und ich spiel auch noch mit Lab, da ist die Tastatur ja ein bisschen anders als beim PC ja, ein bisschen so, wo müssen wir hin, sind wir da gleich da? Moment ah, die Map geht wieder nicht auf na ah, ne, warte doch jetzt geht's, äh, wir sind glaube ich gleich da ja, da müsste so ein Fluss kommen okay was ich auch cool finde mach das gerade mal, warte mal, geh mal in die Map rein mhm und scroll mal ganz nah ran mhm jetzt ist die Map so nah ran gescrollt, wie du sie, wenn du raus gehst wie du sie ran gescrollt hast, soweit ich weiß mhm oder? ne, doch nicht mhm aber wenn du weiter raus gehst, ist es weiter raus gescrollt ja geh mal so weit raus, dass du nur noch blau siehst boah, wie groß die Welt ist alter guck, jetzt ist auch noch die Ding ins blau die Karte jo also ist auch wieder flexibel gemacht, ziemlich cool okay was ist hier, da könnte irgendwas sein mhm, sieht nicht so aus ne es müssen also solche Höhlen sein, wo man rein fällt oder reingehen kann ja so hier vielleicht ein Durchgang? mhm das sieht schon vielversprechender aus ne, aber auch nicht schade mal schauen was ist denn da vorne? ach, die sind lieb gut was sagen die denn so? how are you? fine immer das gleiche irgendwie ja, manche Steine können, kann man mit Bomben zerstören, sagt die ja, bestimmt diese hier, ne warte mal, ich probier mal was, ich hab doch jetzt ne, Power 14 braucht man für Bomben also nochmal leveln wahrscheinlich, oder noch 2, 3 mal warte mal welche Steine? ach die? diese hier, die sehen so eigenartig aus mhm, das kann sein, ja vielleicht ist da irgendwie ein Schatz drunter oder sowas das könnte gut sein Katze, die können wir killen es tut mir immer sehr leid, wenn alle Katzen die paar war ja ich auch ich hab ja selbst ne Katze ich auch sogar 2 da hinten ist ein ganz normales Feuer, ohne alles nur ein Lagerfeuer, mehr nicht mhm, der Besitzer davon läuft da rum so, da sind wir gleich auf dem Weg mal schauen wie lange wir aufnehmen, Moment ach komm, der Fluss kam schon ja boah, schon anderthalb Stunden wow sogar 1 Stunde 37 wie viel haben wir bei Teraki nochmal aufgenommen? ich glaub 3 Stunden? nee waren das 3? nee, das waren doch keine 3 Stunden das waren 2, oder? 2 und halb, oder waren das noch 3 Stunden? ich weiß es gar nicht ich glaub wir sind 22 Uhr angefangen und waren um 1 Uhr fertig, oder so also waren es doch 3 ich glaube, das kann sogar sein 3 Stunden und 100 Gigabyte, ey boah, der fällt da oben, der Berg boah hm was ist gehört? der fällt da oben, siehst du das? die kann man echt weg springen, denke ich ja, die sehen schon so auffällig aus ja, da gibt es bestimmt irgendwie Eisen oder sowas ja ach da oben die Hexe war, das warte mal ja 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 oder nein ja doch, klar wenn die machst du wahrscheinlich wieder blatt die Hexe als Faustick hinter den Ohren ah hier, Herzblume erstmal Herzblume Herzblume so, wo ist sie denn jetzt? die alte Schachtel hey, hier geht's in eine Höhle rein, guck mal da ist ein Leuchtpilz jo dann kannst du den mal nehmen keine Ahnung was man damit machen kann und solche Höhlen meine ich, also da dürfte es eigentlich auch immer Eisen geben ne, diesmal nicht ah ist das ein Schäferhund, ja ne? so ein Schäferhund, okay wir sind wieder falsch, ne? ja der liegt wieder westlich von uns mhm ist aber interessant ja ich bin gespannt was man mit dem Dingens machen kann mit der Blume da ähm, mit dem Pilz irgendwelche Tränke oder sowas, die uns keine Ahnung wahrscheinlich, ja irgendwie stärker machen oder sowas oder sowas was ist das hier? so eine Blume was so oh ah ich will da mal hoch kurz das ist mir auch irgendwie ne Höhle oder so ah, ne aber irgendwas ist hier ich hab's in Morin aber hinten benutzen wir so viele Steine hier ok wie so viele Steine die man hier glaube ich weg springen können ja stimmt also das wird glaube ich nochmal können wir nochmal den ganzen Weg zurück laufen dann wenn wir die Bänden machen können auswählen können ja das sind bestimmt nur so viele Sachen von denen wir gar nichts wissen, was wir machen können ich freu mich ja auf dieses ähm Paragliding Dingens ja das wird auf jeden Fall auch geil oder mit dem Boot das ist auch geil, ja mehr? Gibt's dann mehr eigentlich? bestimmt weißt das wäre das Boot ja irgendwie blöd ach du bist nach oben auf dem Berg drauf? na ich bin grad schon wieder unter ah da bist du so so der Weg geht durch den Berg durch so sieht dort sieht es aus wie so eine Höhle, ne und das sind die Steine warte mal, die können wir umbringen da die Leute davon weiß ich nicht, aber die ok, die sehen na komm, wir suchen das na, es geht da hat gleich zwei ach geht schon boah alter war das krass aber der eine war nicht so stark, ne der eine war blau nur ja weil der nur Dingens gegeben hat nur ein XP oder zwei so oh Gott alter was ist denn Alter das ist ja richtig fies er ist ja umgekickt tot oh nein, nein, nein ich auch gleich ich weich hier so schön aus ich lenke den ab und du killst ihn jo aber mit Wassermage kann man geheilt werden, also er kann einen heilen, wenn man im Team ist also wenn man dann wirklich mal zu weiß nicht wie viel spielen dritt oder vier auf wen soll ich denn jetzt hier gehen? auf den Mager ja da kann ich ja überhaupt gar nix ey yeah sehr geil so ich bin vergiftet ja heil dich mal ah fuck boah 55 damage auf einmal abgezogen hat der ey die sind ja krass, aber die geben auch schon XP ok BAM ich komme oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott nein, 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 nein scheiße, jetzt esse ich hier so einen blöden Muffin oh, ich bin vollblatt gemacht und wir haben wieder volles Leben, ey, jetzt blocken die auch noch alles hier ich habe keine, keine Dingens mehr Wieso kann er so gut blocken, ey? Ich nehm mal die Ginseng. Oh, den vergiftet. Moment, ich komm, ich komm, ich komm. Auf geht's! Komm, einen hab ich gleich. Einen hab ich schonmal. Sehr schön. Einen kriegen wir auch noch. Und auf! Yeah. Geil. Dann ist cool, das macht Bock. So. Wo geht's jetzt weiter? Ähm, vom Weg abgekommen. Warst du immer noch der Weg hier? Tja, das war, glaub ich, immer noch der Weg. Nimm mal die Ginseng-Suppe, die geht schneller. Wenn du davon hast. Ne, hab keine mehr. Warte mal. Dann nehmen wir die. Okay. Ja, davon ist doch so ein leuchtender Pilz, oder sehe ich mich? Sehe das doch, der leuchtende Pilz. Das ist doch nur ne Höhle. Geh schonmal vor. Okay. Ja, hier ist wirklich nur ne Höhle. Aber halt nur ne kleine, glaub ich. Ja. Kein Erz leider wieder. Schade. Vielleicht findet man das Erz auch erst später. Ne, glaub ich nicht. Oder bei solchen großen Höhlen. Oh Gott. Ich glaub die packen wir, oder? Ja. Versuchen wir das mal. Na, dürfte gehen. Ja. 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 Das läuft doch mal besser. Ja. 32. Das geht echt schnell. Weil ich halt mich die ganze Zeit frage, auf der Karte da über uns, also auf der rechten Seite oben steht da Temperatur 9 Grad, was soll das denn heißen? Was bringt uns das? Hm. Vielleicht gibt's da... Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da später mal so ein Update, dass man dann erfrieren kann oder sowas. Ne, keine Ahnung. Dass man in der Nähe vom Feuer sein muss. Oder HUM 35%. HUM? HUM? Ist man Humanität gemeint? Hm. Wie viele Menschen hier? Ne. Ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Jo. Ich meine, die Alfa, die bietet ja jetzt noch, die bietet ja schon sehr viel für eine Alfa. Da oben ist eine Höhle. Alle. Das ist krass. Hey, hier gleich andere Bäume, ne? Wir kommen in so ein kaltes Gebiet anscheinend. Ich glaube so, so an der Temperatur sieht man, ob man in ein Schneegebiet kommt oder sowas. Das könnte so etwas sein. Oh Gott. Äh, äh. Was sieht da Fledermaus? Ich glaube, wir haben eine Höhle gefunden, wenn der Ding ist. Boah. Ja. Eisen, Eisen. Genau. Nehmen's mal. Cool. Damit kann man dann irgendwie sich einen Eisenblock machen und dann geht's irgendwie weiter. Hier ist nichts mehr. Schade. Ja. Sehr schade. War da oben noch was? Ja. Da ist noch so ein Pilz. Ja. Da ist noch ein Busch. Ah, hier. Boah. Wie tief geht's denn hier in die Höhle? Wo bist du denn hier? Moment. Das müssen wir eigentlich ja sehen mit dem Licht. Aber hier ist gar nix. Nix. Hm. Das Fleckchen hier ist wenig Eisen belastet. Naja, aber hier ist noch so ein Pilz. Bist du da? Äh, nö. Ach da. Hier ist Eisen. Nee, Silber ist das. Ich hab gleich mal Silber gefunden. Und hier unten noch so'n Pilz. Und war hier noch was? Nee, ist nix mehr. Kannst du noch so'n Pilz mitnehmen? Jo. Sieht auf jeden Fall ganz in die Tiefe aus. Ist echt so. Du musst ja auch noch so'n Höhlensystem da reingemacht haben. Hinter dir. Oh. Boah, der denn jetzt? Ist ja einfach. Genial. So. Oh oh. Da ist irgendeiner da? Oh ne, weg weg weg. Hier ist ein Waschbär. Ähm. Moment. Da war noch Pilz. Siehst du das auf der Map? Äh, nördlich von uns? Der blaue Boden da? Ja. Ist das ein Sumpf oder? Aber dann lass uns doch mal hingehen. Sieht aus, als wäre da so'n riesiger Pilz oder so. So'n Leuchtpilz. Oh nein. Ach ne, den kann man killen. Oh mein Gott. So'n Leuchtpilz. So. Baby. Äh, der fällt's davon, wie der aussieht. Hehehe. Hehehe. Cool. Ich bin schon gespannt, was man da bekommt, wenn man die weg sprengt, die Dinge. Ja. Bestimmt, irgendwie so'n Schatz oder sowas. Bestimmt. So. So. Kann man den killen? Ja. Alter. Boah, dieser Strahl, ey. Der zieht einem so viel ab. Also, Notiz an uns. Äh. In der Zukunft. Wir müssen unbedingt, wenn wir einen Magier haben. Ich muss mir dem so'n Stab geben. Auf jeden Fall. Hast du den noch? Nee, haben wir verkauft, ne? Ja. Ja. Warte mal, ich guck nochmal Indie, ich glaub wir haben den ja verkauft. Ich hab hier noch nen Bumerang. Ich hab hier... Ah, ich hab für dich hier noch ne, ne Rüstung. Guck mal. Mal schauen. Zieh sie mal an. Bin mal gespannt. Und? Dommelwirbel? Wow. Cool. Ja, ist geil auch das. Danke. Okay, lass uns mal weitergehen. Ähm. Mann, das Blaue ist jetzt hier an der Seite. Hm. Was ist das? Du siehst auch so'n leuchtenden Block da, ne? Ja. Vielleicht irgendwie so tiefes Wasser oder sowas. Ein Pils, ne. Das ist einfach nur hier der Boden, guck. Hm. Das leuchtende war aber kein... Hä? Das leuchtet hier so von der Seite hier. Keine Ahnung, was da leuchtet. Na, ist ja auch egal. Das ist der Boden jedenfalls. Ja. Ich dachte schon. Hier sind noch ein paar Herzblumen. Komm KDG auf. Da ist noch Ginseng. Das ist perfekt. Und wir gehen weiter... Alter, die Rüstung hab ich noch voll schneller gemacht. Echt? Ui. Ja, wenn ich kämpfe, dann sieht man das besser. Da vorne brennt irgendwas. Lagerfeuer. Cool. Wir müssen mal in der Stadt hin. Vielleicht bei der Echse grad, ne? Wir müssen mal in der Stadt hin. Vielleicht bei der Echse grad, ne? Hehehe. Zur Sicherheit. Das sieht nicht aus wie ne Höhle, ne. Aber da vorne, guck mal. Jo. Das sieht doch geil aus. Da wird bestimmt noch irgendwas sein. Wieso langsam Dämmer? Das sieht genial aus. Wieso langsam Dämmer? Aber die Zeit, wie schnell geht die rum? Haben wir jetzt gar nicht darauf geachtet, ne? Ja, oben sieht man die Zeit, aber es dauert richtig lange. Ich glaube, 5 Sekunden sind im Spiel hier eine Sekunde. Eine Minute. Ja, genau, eine Minute meintest du? Da oben ist, glaube ich, kann das sein, dass da wieder so ein Battle-Ding ist? Aber da dürfte man nicht hochkommen. Hm, da willst du es machen? Weil, ich weiß nicht, wir können es mal zeigen, aber... Es sieht nicht so aus, als wäre hier wirklich... Moment. Ne, aber irgendwas ist da oben. Wahrscheinlich wieder was zum Wegspringen. Da kommen wir also noch gar nicht hin, wahrscheinlich. Hm. Lass uns doch mal den Weg hier folgen. Jo. Haja. Die Zwerge, die packen wir eigentlich. Locker. Zwei... Zwei Magier. Oh Gott. Alter. Äh... Die packen wir. Oha. Wo... Ist jetzt der Weg wieder? Hä, wo ist der Weg? Ist der hier? Ja. Moment. Ja. Komisch. Also immer auf die Magier zuerst drauf, ganz wichtig. Aber das war ja richtig heftig jetzt gerade, ey. Ja, aber echt. Oh. Pilz. Also wir bauen auf jeden Fall noch Magier, ey. Das auf jeden Fall, ja. So. Ah. Aber da müssten wir... Ich glaub, die kämpfen wir jetzt nicht, oder? Wolltest wir suchen, oder? Folgen die uns? Ne. Ne. Lassen die lieber erstmal ignorieren. Ja. Aber wir müssen uns früh überlegen, ähm, wegen... ...neuen Mitglied und so'n Zeug. Also ich wär auf jeden Fall dafür. Ich auch. Nur wer? Hm. Wer? Hinter dir. Guck wie der! Wunder. Die war mein Ständigkeit. Ja, ja. Heil dich doch. Krieg dir auch nicht. Oha. So, hier wirst du gekickt. Boah. Krass, wie du da rumflitzt. Kannst du mal ein bisschen heilen? So, ich hier auch mal. Geh doch. Achso, da war ein... Oh, man. Super. Ja, ja. Ich dachte, du hast es gesehen. Dinge heilen. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran. Bis dann. Bis dann.